Hey Leute, den ersten Punkt haben wir am Sonntag geholt. Am Freitag wollen wir mit euch den ersten Dreier holen. Also kommt ins Stadion, wir freuen uns auf euch. Gas geben! Also Fans in Delmenhorst, ihr müsst am Freitag ins Stadion kommen. Rabatt habt ihr genug gekriegt, das heißt mehr als es beim Auto je geben würde und jetzt heißt es nur noch auf geht's ins Stadion. Wir brauchen euch und die Jungs freuen sich darauf vor ein paar Leuten zu spielen. Deswegen keine Diskussion. Keine Ausreden, Freitagabend Stadion-Time. Hallo Fans, mir wurde berichtet, dass hier bei den Heimspielen immer einiges los ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr Freitag genau das zeigt, was nach vorne peitscht und wir die ersten drei Punkte für unser erstes Heimspiel einfahren können. Hallo Fans, es ist soweit. In Hildesheim haben wir einen Punkt geholt, haben uns richtig gesteigert im Spiel und jetzt müsst ihr euch steigern. Wieder mit euch. Seit Februar bereiten wir die Saison vor. Wir sind heiß auf euch, wir sind heiß auf Freitag. Ein Freitagabendspiel, 19 Uhr. Wir sehen uns. Ich freue mich. Moin, liebe Atlas-Familie. Freitag geht's endlich los. Heimspiel. Wir brauchen euch auf den Rängen und dann reisen wir die Hütte ab. Hallo, ich bin Andrea Schuster, Stadrbart aus Delmenhorst, bin Sponsor beim SV Atlas. Als Delmenhorst der Bub gehöre ich dazu und würde mich freuen, wenn ihr zum ersten Heimspiel hier alle richtig Gas geben. Freitag erstes Heimspiel. Ich fühle mich auch wieder seit sechs Jahren im Stadion. Wir würden uns auf euch freuen. Lasst mich jetzt in Ruhe. Ich muss jetzt laufen gehen, weil ich muss am Freitag fit sein. Und ihr kommt alle ins Stadion am Freitag. Ich freue mich.